Okay, wir sind jetzt hier bei dieser Hütte, Hütte des Kriegsmeisters, wo der Kriegsmeister ist allerdings, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Ich wollte ja eigentlich hierhin. Zu Nummer zwei. Schauen wir uns das mal an. Und ich gucke mal, ob wir mit ihm reden können, mit diesem Istwan, oder ob er direkt auf Kampf getrimmt ist. Ja, das werden wir gleich sehen. Wenn er mich angreift, ist er halt tot. Denke ich. Weiß ich noch nicht. Was zum Inka? Was machen die Dinger denn hier? Du bist tot, ne? Zeit für dies. Kopf. Warum? Was ist mit dem Kopf? Nichts. Ich lasse mich wieder viel zu sehr ablenken. Viel zu sehr. Schlimm ist das. Okay, von hier kommen wir auf jeden Fall dahin. Und zu diesem Istwan wahrscheinlich auch. Wenn also hier irgendwo soll er sein. Aber noch sehe ich nichts. Er ist aber jetzt nicht auf der Brücke oder so, oder? Gesuch von Haus Vulkan Istwan. Oh. Oh, wir müssen ihn rufen. Ist die Welt, in die Welt, in die Welt von Istwan, dem alten Ritter, eindringen? Ja. Glaube ich. Invasion einer anderen Welt läuft. Wir sind gerade der... Wow. What the f... Okay, Istwan. Es tut mir leid. Aber ich bin Auftragskiller, wie es aussieht. Und Auftragskiller erledigen den Job. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir hier tun. Wow. Genau. Sag mal. Reicht's mir aber. Oh, er hat nichts mehr zu trinken, glaube ich, ne? Oh, der hat gesessen. Tut mir leid. Aber das war's mit Istwan. Und ein Runenbogen. Ihr kehrt in eure Welt zurück. Krummfingermedizin haben wir auch bekommen. Hat das jetzt irgendwelche Nebenwirkungen, irgendwelche Nachteile mit sich? Schuppenhelm, Schuppenrüstung, Stülpen. Also die komplette Panzerung von Istwan haben wir jetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, ne? Vielleicht gefällt das ja den Freunden bei uns in... Ihr wisst schon. In der Tafelrunde nicht. Kommen wir nicht rein? Ne. Das haben wir schon gehabt, ne? Ich wollte doch einfach nur kämpfen. Okay, wir haben es besiegt. Ihn besiegt. Entschuldigung. Ich frage mich, ob jetzt hier irgendjemand sauer ist auf uns. Wo ist der Chef? Wenn der Chef nichts sagt, dann ist alles gut. Okay, du kannst nichts für uns tun anscheinend. Da müsste der Chefe... El Chefe! Bist du sauer? Das interessiert ihn scheiß, was wir gemacht haben, glaube ich. Es interessiert ihn echten Scheiß. Geil. Okay, von mir aus. Wenn wir schon da sind, gucke ich, ob ich unsere Waffen vielleicht ein bisschen aufmotzen kann. Hallo? Na? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ja, kann ich nichts. Kann ich nichts machen. Dunkelschmiedestein, normaler Schmiedestein. Leider nicht. Hi. Yes. Auch hier können wir nichts machen. Gut, weißt du Bescheid. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Haus Vulkan. Ähm. Ja, das ist richtig. Und schauen, was die jetzt dazu sagen. Ob wir jetzt eine schöne Belohnung bekommen. Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe doch sehr. Oder einen neuen Auftrag. Das kann natürlich auch sein. Hallo, ich bin's, der Auftragskiller. So ist es. Mhm. Gut. Es ist scheiße. Ein Magmaschuss. Wir haben Magie bekommen. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Okay, das war's. Das war's. Mehr nicht. Keine weiteren Aufträge. Gar nichts. Vielleicht ist irgendwas passiert. Sieht nicht danach aus. Ich mach mal ein bisschen. Ich mach mal die Lampe an. Die Laterne. Weil hier ist es schon echt düster, muss ich sagen. Also, das ist kein nettes Haus. Keine gute Beleuchtung. Da hat jemand seine Stromrechnung nicht bezahlt, anscheinend. Äh, was ist denn? Brief des Hauses Vulkan. Oh, wir kriegen unsere Aufträge ja hier. Stimmt. Ähm. Ist wann haben wir? Relay der Untätige. Er hält sich auf dem Altus-Plateau auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte. Na? Mhm. Aha. Plötzlich. Coole Rüstung. Mhm. Aha. Wir reden erst mal. Hey. Hey. Na klar. Talente. Oh, hier kriegen wir, ähm, die Kriegsaschen. Okay. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich, ob ich die überhaupt brauche. Was ist das hier? Eruption. Mhm. Mhm. Parade. Absolut nicht. Dampfer Aufwärtsschnitt. Haben wir das nicht schon alles? Ich, also... Ich weiß nicht, aber... Ja. Ja, ja. Ciao. Hallo, meine Liebe. Was? Ähm... Was? Moment, wovon? Was soll das sein? Was will sie mir damit sagen? Was willst du damit sagen, meine Gute? Ich gucke doch mal gerade hier in dem letzten Raum. Hier war doch auch irgendjemand, ne? Es ist derselbe Raum. Okay. So, mal gucken, was die Herrin des Hauses sagt zu unserem neuen Auftrag. Wahrscheinlich nix. Interessant, okay. Rascheln außerhalb der Mauern. Außerhalb der Mauern. Hm. Okay. Keine Ahnung, was sie meint. Wahrscheinlich hier. Also hier müssen wir auch nochmal hin. Ich muss gucken, wie wir hier hinkommen. Hm. Vielleicht müssen wir da an dieser Echse hier vorbei. Aber die ist mir noch zu krass. Die ist mir noch zu krass. Okay. Ähm. Was wollte ich denn tun? Ich wollte eigentlich hier hin zum großen Aufzug von Dektus. Oh. Und hier ist auch noch was. Und hier ist noch eine Höhle. Es gibt so viel zu... Es gibt einfach so viel zu erledigen. Oh mein Gott. Es gibt so viel zu tun in diesem Spiel. Das ist unfassbar. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wo ist denn... Wo ist den Süden? Da ist der Aufzug. Ähm. Da waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Ich möchte erst mal schauen, ob wir... Ne, die Riesen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ob wir mit diesem... Einen Gegner hier zurechtkommen. In dem Siegelgefängnis. Wo war das nochmal? Hier unten irgendwo? Da unten. Genau hier wollte ich hin. Wie komme ich da hin? Ohne, dass ich mir meine Beine breche. Von hier? Ja, das könnte wehtun. Wobei, das geht. Hahaha. Da ist gar kein Problem. Da ist noch keine Höhe. Oh, ich habe es falsch eingeschätzt. Das kam mir nicht so tief vor, ehrlich gesagt. Ja, so kann man sich täuschen. That's life, Freunde. That's life. Scheiße. Wie unnötig. Siehst du, solche unnötigen Tode. Der Counter hier unter mir, ne? Mindestens 200 davon. Unnötig. Mindestens. So ein Kack, ey. So ein Scheiß. Und ich will einfach nur hier runter, Mann. Kriegt das nicht gebacken. So, ich hole mir meine Runen. Hau ab. Oder ich springe hier nochmal runter. Vielleicht bin ich einfach nur falsch abgesprungen. Ja. Äh, ist das hier? Ist das hier der Weg? Ne. Das ist zu tief, ne? Wie bin ich denn da hingekommen beim letzten Mal? Oh. Hier gab es einen Durchgang, ne? Ja, es ist, äh... Ich bin halt der Experte. Absolute Experte in diesem Spiel. Und das kann keiner sagen, dass es nicht so ist. Wahrscheinlich schaffe ich den Typ noch nicht mal. Hau ab. Wahrscheinlich schaffe ich den Typ noch nicht mal. Aber versuchen möchte ich es doch gerne. Wir sind jetzt ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Der hat uns ganz schön zerfetzt. Ich erinnere mich. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Äh, wo war nochmal die Statue? Äh... Wir sind schon dran vorbei, ne? Ich meine, wir sind schon dran vorbei. Ich glaube schon. Oh, wer ist das nochmal hier? Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Werden wir sehen. Oh, ja. Oh, fuck, ja. Jetzt erinnere ich mich auch. Komm mal, klar, Mann. Boah, hab ich ein Glück. Huh. Komm her. Ja, wir kriegen ihn auf jeden Fall besser weg als beim letzten Mal. Heiß aber nix. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Dieser Angriff. Der macht da mehrere Angriffe hintereinander. Ja. Aber ich... Ja, ich glaube, wir kriegen das... Wir kriegen das hin. Wir kriegen den hin. Sagt er. Und es waren seine letzten Worte ever. Wir kriegen das schon hin. Ja. Okay. Ich bin zu faul, um zwei Meter zu laufen. Wir wollen ja alles schön realistisch halten, ne? 82.000 Runen. Wen habe ich besiegt? Und warum habe ich mich nicht aufgelevelt? Bin ich denn noch zu retten? Das mache ich nach dem Kampf. Was ist denn mit mir los? Wen haben wir denn besiegt? Okay. Egal. So, Wäuser. Komm her. Kacka, du. Der Angriff am Anfang ist eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir doch direkt weiter damit. Wäuser. Wow. Alter, beruhig nicht mal. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat ihn nicht erwischt Nimm deinen Trank Okay, das habe ich vergessen, dass er das macht Wow Nice Gottfreund, der Verpflanzte Ein großer Gegner war das Gottfreys Ikone haben wir bekommen Was auch immer das ist Ich bin gespannt, wir haben ihn umgehauen Uh, Freunde Alter Okay Ähm Was Was bringt uns denn die Ikone Vom guten Gottfrey Wo ist sie denn? Hm, da Verstärkt aufgeladenen Zauber und Talente Cool Nein Auch nicht Kein Interesse 100.000 Runen haben wir wieder Ich kann Ich kann nicht anders Wir müssen Wir müssen das jetzt mal ein bisschen verbessern Wir kriegen aber auch mittlerweile sehr Sehr viele Runen Und wir können uns so aufleveln Das ist schon echt krass Äh, wir sind Stufe 92 mittlerweile Das geht schon gut ab Ähm, wir können zwei Stufen nach oben hauen Ähm, ich mache beides auf Stärke Warum nicht? Hahaha Warum auch nicht Ähm Ansonsten können wir glaube ich Nichts anderes machen Dann würde ich jetzt mal sagen Wir gehen Wo ist das Ding? Da ist das Ding Zu dem Ding hier Ich will ihn Ruhe suchen Ich hab, ich hab Den Aufzug gar nicht gefunden Beim letzten Mal Aber Ich denke, dass wir diesmal etwas Äh, besser Wow Ernsthaft Alter, geh doch nicht weg Was zum Anker? War das der andere? Der will, der will wohl den Krasen mähen Alter Was zum Anker passiert hier? Die sind irgendwie stärker geworden Seit dem letzten Mal Werden die stärker, die Gegner? Jetzt ist aber mal gut Jetzt reicht's mir Was? Alter, die haben wir doch beide Beim letzten Mal weggeklatscht Oder nicht? Die sind noch 100% stärker geworden Erzähl mir doch nichts Das kann doch nicht sein Okay Sorry Dann greife ich euch eben nicht an Voll die Diven Großer Aufzug von Dektus So, wo ist jetzt dieser Aufzug? Greife ich dem halt nicht an I don't care Was steht denn hier? Gut gemacht Ja, was soll ich denn gut gemacht haben? Ich hab's nicht mal gefunden Zu hoch War immer mal wunderschön Ja, das ist die Frage, ne? Ich hab keine Ahnung, wo dieser Eingang sein soll Medaillon heben Oh, Medaillon heben Oh Okay Spannend Ja, wo ist jetzt der Aufzug? Hallo Ich hoffe, ich bin würdig Ich hoffe, ich bin würdig Und ihr zermalbt mich nicht Mit euren großen Harten Langen Stangen Das ganze Ding ist der Aufzug Wow Okay Und es geht nach unten? Wohin geht's denn da überhaupt? Okay Cool Wir sind da Wo auch immer wir sind Wir sind jetzt nach unten gefahren Und wir sind immer noch an derselben Stelle Was? Wo sind wir denn? Medaillon heben So kommen wir wieder hoch Okay Verstehe Ich schau mich nochmal ein bisschen um Die Riesen sind weg Zum Glück Okay Wo zum Hänker sind wir? Okay, da ist so ein Kollege Da gehen wir gleich hin Ich will mich erstmal hier Verewigen Wow Alter Wo sind wir denn hier? Der große Aufzug von Dektus Sind wir immer noch Mhm Cool Fragt mich, wo der uns jetzt hingebracht hat Mal gucken, was der Kollege hier zu erzählen hat Er ist dort Irgendwo Wer denn? Ein weiterer Pfad Der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt Ein uralter Tunnel Hast du mir gerade einen Tipp gegeben? Danke Hast du noch was zu sagen? Uah Ist doch Was? Äh Erbärmliche Person voraus Okay Wo sind wir? Wow Wow Okay Wir sind einfach nur hier runter gefahren Wer haben wir sonst nicht hier hingekommen? Nirgendwie? Okay Cool Wow Alter Was geht denn hier ab? Wie sieht denn das hier aus? Schauen wir uns hier mal ein bisschen um Benutzlosigkeit voraus Und trotzdem macht er hier irgendwelche komischen Nachrichten hin Vision hiervon Ich möchte nach Hause Ja Okay Da unten geht es nicht runter Ähm Interessant auf jeden Fall Interessant Also hier waren wir noch nie Logischerweise Aber ich war auch von der anderen Seite noch nie hier Hätten wir nicht von hier irgendwie dahin gekonnt? Vom Haupttor der Akademie hier rüber? Ich hab keine Ahnung Wir schauen uns mal ein bisschen um Vielleicht auf der anderen Seite Vielleicht gibt es ja da was Schönes für uns Oder auch hier Nutzlosigkeit Pferd Plumpe Person Was? Ich hör's doch Äh Klimpern Irgendwo da unten ist es Ja gut Da kommen wir jetzt nicht hin Ähm Das sieht schon echt krass aus hier Vor allem hier mit den Statuen Ah ja ich Sowas liebe ich ja Ja okay Hochstraße von Bellum Ist wahrscheinlich ein ganz netter Ganz netter Ort hier oder? Das da hinten dürfte Raya Lucaria sein Ja das sehen wir da Ganz in der Ferne Ähm Soll ich mich hier umsehen Äh umsehen Soll ich mich hier umsehen? So ein bisschen mit dem Pferd rumlaufen Einfach so ein paar Sachen Einsammeln Hier und da Bestimmt gibt es hier ein bisschen Stuff Vielleicht finden wir eine Höhle Ich mein hier ist ja eine Höhle ne? Da ist ja eine Höhle Sollten wir uns gleich mal anschauen Ob wir da hinkommen Irgendwie Ähm Okay cool Hier gab es jetzt nicht wirklich viel Zu finden Aber wir könnten ja mal auf die andere Seite Um diese Kugel zu holen Vielleicht hat er ja was leckeres für uns Im Angebot Okay Na du Ups Hast du Glück gehabt? Endes nicht als Abendbrot Für mich So wo ist jetzt das Ding? Äh Da hinten Ist es das? Das ist es nicht Oh mein Gott Das ist es Sehr schön Das ist nicht so schön Ich hasse diese Flugdinger Seit Seit diesem Seit dieser Festung Faroth Oder wie das hieß Okay Okay Aber die sind Kein Vergleich hierzu Die scheinen auch etwas einfacher zu sein Wir sind wahrscheinlich In einem Gebiet Das nicht ganz so schwer ist Habe ich so das Gefühl? Vielleicht täusche ich mich Auch bitterböse Was ist das hier? Nichts Sorry Okay Ähm Vielleicht gehen wir einfach Die Straße entlang Vielleicht ist das ein guter Plan Ich weiß noch nicht Was wir da finden werden Auf jeden Fall Boah Das sieht so Das sieht einfach so cool aus Aber es muss ja einen Grund geben Es muss ja einen Grund geben Dass wir hier hingekommen sind Oder dass wir die Möglichkeit hatten Hier hin zu kommen Irgendwas muss es doch hier geben Weil war bloß Wir freuen uns Nein Wir freuen uns Something Das gibt es doch Ich bin Nein Ich bin Vielen Dank.